exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren sitz zr 150 22 entscheidung vom 30 7 2024 wichtige entscheidung im schadensersatz recht am 30 juli 2024 hat der bundesgerichtshof bgh eine wegweisende entscheidung in der rechtssache mit dem aktenzeichen csr 50 22 getroffen in diesem urteil ging es um grundlegende prinzipien des schadensersatzrechts die sowohl für juristen als auch für die breitere öffentlichkeit von bedeutung sind der fall stellte die frage in den vordergrund wie weitreichend die haftung für schäden reicht die aus einem verkehrsunfall resultieren in der streitigen angelegenheit wurde einem kläger ein erheblicher personenschaden zugesprochen der bgh stellte klar dass die haftung des schädigers nicht nur den unmittelbar verursachten schaden sondern auch folgeschäden umfasst diese ausdehnung der haftung ist besonders relevant wenn es um langfristige beeinträchtigungen und die lebensqualität der geschädigten personen geht es wurde betont dass der kläger in der lage sein muss sämtliche folgeschäden die aus dem ursprünglichen vorfall resultieren nachzuweisen darüber hinaus wurde im urteil darauf hingewiesen dass die beweislast in solchen fällen nicht allein beim geschädigten liegt der bgh verwies darauf dass auch der schädiger in der pflicht ist entlastende beweise zu erbringen die möglicherweise die höhe des schadens oder die art der haftung beeinflussen können dies stellt einen wichtigen wandel in der rechtsprechung da der zugunsten der geschädigten ausgelegt werden kann rechtsanwälte und fachleute aus der juristischen praxis äußerten sich positiv über die entscheidung und wiesen darauf hin dass das urteil einen wichtigen anreiz für die rechtliche verteidigung von geschädigten nach sich ziehen könnte sie erklärten dass nun eine stärker agierende rolle der geschädigten im rechtsprozess gefördert werde was dazu führen könnte dass rechtsprechungen in fällen von personenschäden gerechter ausfallen die auswirkungen dieser entscheidung dürften weitreichend sein und könnten zukünftige verfahren im bereich des schadensersatzrechts maßgeblich beeinflussen es bleibt abzuwarten wie sich die untergerichte an den neuen maßstab anpassen und welche weiteren klärungen nötig sein werden insgesamt lässt sich festhalten dass der bgh mit dieser entscheidung ein starkes signal an die rechtsprechung sendet die stärkung der rechte von geschädigten in zusammenhang mit der haftung für folgeschäden könnte durchaus als ein bedeutender schritt in richtung fairerer rechtlicher ausgewogenheit im deutschen schadensrecht interpretiert werden autor anita farke donnerstag 12 september 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen